Es sollte ihre neueste Einnahmequelle werden. Doch ihre eigenen Fans machen Schlagerstar Michael Wendler, 49, und Ehefrau Laura Müller, 21, einen Strich durch die Rechnung. Statt eine hübsche Summe auf der Plattform Onlyfans zu bezahlen und sich über mehr oder weniger sexy Bilder zu freuen, wird die Bezahlschranke ausgetrickst. Immer mehr Fans der Auswanderer verbreiten die Bezahlbilder einfach so im Netz. Und das stößt anscheinend nicht nur Michael Wendler bitter auf, sondern auch Laura. Auf dem Account des Paares ist nun deshalb folgendes zu lesen. Alle auf diesem Konto veröffentlichten Inhalte sind ausschließlich urheberrechtliches Material der Eigentümer Laura Müller und Michael Norberje. Und weiter, Abonnenten dürfen keine Inhalte von Onlyfans oder privaten Konten verteilen oder veröffentlichen. Einschließlich Fotos, Videos und andere Inhalte, die hier gepostet werden. Drohen Michael Wendler und seine Laura nun etwa ihren eigenen Fans? Scheint so. Denn bei Nichtbeachtung würde sicher eine rechtliche Konsequenz drohen. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal für mehr Videos und lasst ein Daumen hoch da. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020